So, Feierabend. Den letzten Text geschrieben, die letzte Mail verschickt, das letzte Video hochgeladen. Jetzt kann ich die Rechner hier in meinem Büro auch endlich mal abschalten und dann so richtig mal langsam in die Nachtruhe gehen. Dann brauche ich zu Hause kein Netz mehr und viele empfehlen gerade wegen der erhöhten Strompreise, nachts den WLAN-Router, den Router auch abzuschalten, denn so kann man Strom sparen und Geld sparen und das Klima entlasten. Und das sei angeblich eine gute Idee, das lese ich immer wieder. Aber ich kann euch sagen, ich rate euch jedenfalls davon ab, das zu tun, denn da gibt es gute Gründe für. Und die verrate ich euch hier im Video. Bleibt bis zum Ende dran und jetzt geht's auch schon los. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Netzkenner. Schön, dass ihr wieder bei mir seid oder vielleicht auch zum ersten Mal bei mir seid. Wenn ja, dann lasst mir gerne auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr immer bestens informiert seid. Wenn es neue Videos gibt, dann könnt ihr dann auch die euch gleich anschauen. Und ja, wenn euch das gefällt, auch ansonsten gerne einen Like da lassen und natürlich immer eifrig debattieren, diskutieren, kommentieren. Denn davon lebt so ein Kanal ja, dass ich weiß, was ihr denkt, was euch gefällt und was nicht, damit wir in Zukunft noch bessere Videos machen können. So, genug zum Werbeblock, kommen wir zum Thema dieser Ausgabe. WLAN-Router eingeschaltet lassen über Nacht oder ausschalten. Da trennen sich wirklich die Geister, das kann man nicht anders sagen. Es gibt zwei Fraktionen, wie die jetzt so quantitativ aufgestellt sind, weiß ich gar nicht. Aber es gibt zwei Fraktionen, die einen sagen, auf jeden Fall ausschalten, dann habe ich keine WLAN-Strahlung. Ich spare nachts Energie, kann besser schlafen und Geld spare ich obendrein auch noch. Auch die anderen sagen, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, das lohnt sich nicht. Es hat mehr Nachteile als Vorteile. Und ich wollte da mal ganz genau wissen, wie das aussieht, habe da recherchiert und muss sagen, ja, meine Empfehlung ist eindeutig, WLAN-Router, Router nachts nicht abschalten. Denn dafür gibt es wirklich sehr, sehr gute Gründe, das eben nicht zu tun. Erste Frage, die wir natürlich klären müssen, ist, was verbraucht so ein Router eigentlich, pro Tag, pro Jahr? Und lohnt es sich eigentlich finanziell und energietechnisch, so einen Router abzuschalten? Ist ja eine sehr wichtige und berechtigte Frage. Gucken wir uns das mal an. So ein Router verbraucht heute im Schnitt nur 10, 11, 12 Watt. Die Dinger sind wirklich ziemlich effizient geworden, muss man sagen. 10, 11, 12 Watt, das ist nicht viel, aber es ist natürlich ein bisschen was. Sagen wir mal 10, 11 Watt pro Gerät, ja, so im statistischen Mittel. Das heißt, wenn man das jetzt mal hochrechnen möchte, was so ein Gerät im Jahr verbraucht, 11 Watt mal 24 Stunden mal 365 Tage, da kommen mir so Pi mal Daumen auf ungefähr 95 Kilowattstunden pro Jahr, die so ein Ding verbraucht. Mehr als ich das gedacht hätte, das muss ich schon zugeben. Also eine ganze Ecke. Und wie viel kostet das? Legen wir mal so die aktuellen Strompreise zugrunde, dann kommt man so auf 30, 35, maximal 40 Euro im Jahr. Haben, nicht haben, ich weiß, aber ist ja ein wichtiges Werkzeug, um online zu gehen. Also wir reden von 35 Euro im Schnitt pro Jahr, die so ein Router an Strom kostet, also Geld kostet. Wenn man einen Router nachts abschaltet, sagen wir mal von 23 Uhr abends bis 7 Uhr morgens, weil man der Ansicht ist, dann braucht man das Teil nicht. Jeder hat andere Schlafrhythmen, aber gehen wir mal einfach davon aus, 8 Stunden Schlaf, dann ist das ungefähr oder ziemlich genau ein Drittel. Ein Drittel der Zeit wäre das Gerät aus und würde keinen Strom brauchen. Also ein Drittel von diesen 95 Kilowattstunden könnten wir einsparen, ein Drittel von diesen 35 Euro im Schnitt könnten wir einsparen. Das sind ungefähr 11 bis 12 Euro im Jahr, die ihr an Stromkosten einsparen könnt. Müsst ihr selber wissen, ob das jetzt eine Menge ist oder nicht. Das hängt natürlich auch mal davon ab, wie sehr man auf den Cent da achten muss, aber das ist so die reale Größenordnung. 10, 11, maximal 12 Euro könntet ihr sparen, wenn ihr den Router nachts abschaltet. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Ihr könnt euch eine Stromleiste kaufen oder vielleicht habt ihr sie ja auch schon, wo ihr einfach auf den Knopf drückt und alles geht aus, was man nachts nicht braucht. Man kann aber auch eine Zeitschaltuhr natürlich davor oder dahinter hängen, damit das programmiert ein- und ausgeschaltet wird. Es gibt da jede Menge Möglichkeiten. Eine Zeitschaltuhr kostet natürlich auch wieder Energie, aber sei es drum. Da gibt es mehrere Wege, wie man das Problem lösen kann. Acht Stunden am Tag ausschalten, 11 Euro sparen im Jahr, das ist die Kalkulation. So, wenn ihr jetzt sagt, okay, für 11 Euro lohnt sich das, dann muss man wissen, was bezahlt man Nebengeld mit der Tatsache, dass der Router nachts dann abgeschaltet ist. Und das ist wirklich interessant. Es gibt drei Aspekte, die meiner Ansicht nach dagegen sprechen, einen WLAN-Router, einen Router nachts abzuschalten. Drei, 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 drei wichtige. Grund Nummer eins ist, wenn man einen Router nachts abschaltet, dann kann man natürlich auch nicht online gehen. Also besser, ihr guckt nach 23 Uhr dann kein Netflix mehr oder hier Videos von mir. Aber unterstellen wir mal, ihr schlaft dann auch tatsächlich. Man kann nicht online gehen. Ihr könnt nicht online gehen, gut, das habt ihr euch so ausgedacht. Aber, was ihr wissen müsst, viele Geräte, eure Smartphones, eure Smartwatch, eure Tablets, eure Desktop-PCs, eure Smart-TVs, eure Küchengeräte, was es heute alles so gibt, was mit dem Netz verbunden ist, die haben die Eigenschaft, gerne nachts online zu gehen und sich Updates zu holen. Also wenn es Updates gibt, werden die gerne nachts geholt, geladen, in aller Ruhe und dann automatisch installiert. Das kann man natürlich einstellen, ob man das möchte oder nicht, aber viele Geräte haben das. Warum nachts? Weil nachts arbeitet man nicht, das stört so ein Update nicht. Deswegen ist es eigentlich ein ganz praktischer Zyklus. Oft sind dann auch Smartphones, Tablets dann am Ladegerät, sodass das auch sichergestellt ist, dass es genügend Strom gibt. Das gibt viele gute Gründe, nachts Updates zu installieren. Diskutieren wir jetzt hier nicht über die Frage, ist es klug, das automatisch zu machen oder nicht. Das kann man an anderer Stelle diskutieren. Wer das gerne alles manuell macht, kann das machen, der hat das Problem jetzt also nicht. Aber die meisten lassen diese Standardeinstellung aktiv. Da werden also die Updates nachts eingespielt, automatisch, ohne dass ihr das merkt. Öfter als ihr das merkt, weil ihr kontrolliert das ja wahrscheinlich in der Regel nicht. Wenn der Router aber jetzt nachts abgeschaltet ist, können diese Updates natürlich nicht eingespielt werden. Liegt ja auf der Hand. Und viele Geräte machen es eben nur nachts. Also da werdet ihr gar nicht informiert. Und wenn die Updates dann gar nicht mehr eingespielt werden, bedeutet das, ihr kriegt keine neuen Funktionen zur Verfügung gestellt. Und vor allem aber werden dringend notwendige Sicherheitsupdates nicht installiert, nicht geladen und nicht installiert. Und das kann auf Dauer natürlich schon ein erhebliches Problem darstellen. Das kann man kompensieren, indem man das alles dann umstellt, auf tagsüber installieren oder das manuell macht. Aber das ist natürlich eine Typfrage, ob man das möchte. Da sehe ich einen erheblichen Nachteil. Punkt zwei. Viele oder wenn nicht die meisten haben heutzutage, wenn sie überhaupt noch einen Festnetzanschluss haben, diesen Festnetzanschluss auch über den Router laufen. Denn wir haben ja heute meistens so Kombipakete. Also wir haben Internet und Telefon aus einer Hand. Früher hatte man Telefon und Internet obendrauf. Heutzutage ist es umgedreht. Internet und Telefon obendrauf mit einer Flatrate. Das heißt, das ist vielen gar nicht klar. Ihr Festnetztelefon läuft auch über den Router. Und wenn der ausgeschaltet ist, logisch, kann man keine Anrufe empfangen. Also man kann nicht angerufen werden. Und man kann auch nicht anrufen mit dem Festnetztelefon. Es wäre ja denkbar, dass mich Freunde, Familie anrufen wollen auf meiner Festnetznummer, aus welchen Gründen auch immer. Und dann geht das nicht. Oder ich muss nachts einen Notruf tätigen. Mein Handy ist kaputt oder nicht da, nicht greifbar. Auch eine Frage der Gewohnheiten, die der Einzelne hat. Geht nicht. Festnetztelefon tot, funktioniert nicht. Solltet ihr auch euch darüber im Klaren sein, dass das so ist, wenn man den Router abschaltet, kein Festnetztelefon. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich telefoniere eh nur mit dem Smartphone, ist das vielleicht oder wahrscheinlich nicht so relevant. Aber viele, viele haben eben ein Festnetztelefon. Das wäre dann tot, wäre abgeschaltet, könnte man nicht benutzen. Und jetzt kommt noch ein dritter Grund, den wusste ich vorher auch nicht. Wenn ihr den Router abschaltet, dann wird ja die Verbindung natürlich deaktiviert zum jeweiligen Provider. Und das nicht nur für ein paar Sekunden oder Minuten, sondern acht Stunden lang. Das ist eine lange Strecke. Und es gibt viele Provider, nicht alle, aber viele Provider, die bewerten das Ganze als Störung, also als Leitungsstörung, wenn acht Stunden lang der Router nicht angesprochen werden kann. Und das auch noch regelmäßig, dann gehen die davon aus, dass da irgendwas nicht stimmen kann mit der Datenleitung und übertragen tagsüber auch eine geringere Bandbreite. Das heißt, es kommen die Daten weniger schnell an, als eigentlich theoretisch möglich wäre. Kleiner Reminder, ich habe ein schönes Video gemacht zum Thema Datenspeed messen. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen in diesem Zusammenhang, wenn ihr eure Datengeschwindigkeit zu Hause messen wollt. Aber das ist ein Punkt, oder? Die Provider, die vergeben einmal eine IP-Adresse, wenn man so seinen Router einschaltet. Und früher wurde der alle 24 Stunden erneuert. Aber mittlerweile machen das die meisten Provider nicht mehr. Die wissen, man ist sowieso die ganze Zeit online und machen das nur alle paar Wochen, dass sie nochmal eine neue IP-Adresse zuteilen. Wenn ich aber abschalte, geht die IP-Adresse natürlich wieder ins Netz zurück und wird jemand anderem gegeben. Und das wird als Störung empfunden von vielen Providern, wie gesagt, nicht von allen. Und eins möchte ich sicher nicht, dass meine Datenverbindung schlechter ist, weniger schnell ist, als eigentlich möglich. Drei gute Gründe, warum man einen Router nicht abschalten sollte. Festnetz geht verloren, Updates werden nicht eingespielt und möglicherweise wird das Datentempo reduziert. Und vielleicht sogar noch Punkt 4, der Einspareffekt ist nicht besonders hoch, finde ich. Da könnt ihr andere Dinge machen. Ihr könnt zum Beispiel in die Konfiguration eures Routers gehen und da auch noch einen Sparmodus eintragen oder aktivieren. Es ist zum Beispiel möglich, bei mir hier die LEDs zu dimmen oder sogar abzuschalten. Spart natürlich auch ein bisschen. Falls ihr den Router sowieso irgendwo im Keller habt oder im Schrank und gar nicht auf die LEDs guckt, dann könnt ihr sie auch abschalten. Spart ja ein bisschen Strom und Geld. Und AVM, der Hersteller von den Fritzboxen, hat mir mitgeteilt, dass die Geräte ohnehin schon energieoptimiert sind. Das heißt, Anschlüsse, die ihr nicht benutzt, zum Beispiel den USB-Anschluss oder den LAN-Anschluss oder einzelne WLAN-Verbindungen, wenn die nicht benutzt werden, fährt das System runter, spart Energie. Der Prozessor geht von alleine runter, verbraucht weniger Energie. Und wenn man ihn braucht, fährt er wieder hoch. Also der Stand-by-Modus ist wirklich sehr, sehr effizient. Man kann also gar nicht so viel sparen. Und das sind wirklich aus meiner Sicht gute Gründe, es dabei zu belasten und den WLAN-Router einfach oder den Router ganz einfach auch nachts eingeschaltet zu lassen. Wenn ihr Geld sparen wollt, dann macht das anders, indem ihr Geräte nachts auch wirklich abschaltet, die ihr nicht braucht. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ihr irgendwelche Systeme habt, Lampen habt, Beleuchtungen habt oder vielleicht zum Beispiel eine Grafikkarte oder eine Soundkarte oder was auch immer. Dann fahrt den Rechner herunter, schaltet diese Geräte ab. Die müssen über Nacht nun wirklich nicht eingeschaltet sein. Da könnt ihr viel mehr sparen, als den Router abzuschalten. Wie denkt ihr darüber? Das könnt ihr gerne aufschreiben und kommentieren. Denn ich weiß, es gibt ja unterschiedliche Ansichten. Manche sagen, ich schalte das Ding ab, damit ich keinen WLAN-Traffic habe und keine Strahlung im Haus. Das ist ja zum Beispiel auch möglicherweise ein Aspekt, wie geht ihr damit um? Schreibt das gerne auf, das lese ich gerne und lerne auch gerne dazu, falls ich was übersehen haben sollte. Das war es für diese Ausgabe. Danke fürs Zuschauen und bleibt auf jeden Fall gerne neugierig. Bis dahin. Tschüss. Das war es für heute.